Musik Wir sind eine ausschließlich Spezialitätenrüsterei. Das heißt, wir verarbeiten nur die Top 1 bis 2 Prozent von der Weltproduktion. Wir haben hier insgesamt 42 Sorten von Kaffees. Hier in der Zweiheide Kaffeemanufaktur rosten wir täglich frisch. Wir haben Kaffees, die wir direkt vom Farm einkaufen. Das heißt, es ist ein fairer Prozess. Wir schauen den Bedingungen an, woran die Kaffee angebaut werden, den Prozesse, wo der Kaffee zubereitet werden, vor das dann verschifft wird nach Europa. Musik Musik Unsere Zweiheide Kaffeespezialitäten gibt es jetzt auch als biobasierte Kaffeekapsel. Musik Als wir uns das erste Mal damit befasst haben, unseren Kaffee in Kapselform abzufüllen, war uns das erste Kriterium, dass wir den Kaffee in komplett umweltfreundlicher Verpackung abfüllen. Und dann sind wir nach relativ kurzer Suche auf die Rezemo-Kapsel gestoßen. Musik Unsere Kapsel ist DIN-Zerto zertifiziert. Die Zweiheide-Holzkapsel ist 100% biobasiert und biologisch abbaubar. Auch unsere Verpackung, in der die Kapsel abgefüllt wird, ist komplett umweltfreundlich. Sie wird aus Paperwise hergestellt. Das ist ein Abfallprodukt aus der Landwirtschaft und somit komplett über den Papiermüll zu entsorgen. Musik Die Zweiheide-Holkapsel ist 100% biobasiert und biologisch abbaubar. Musik Die Zweiheide-Holkapsel ist 100% biobasiert und biologisch abbaubar. Musik Die Zweiheide-Holkapsel ist 100% biobasiert und biologisch abbaubar. Musik 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 Die Zweiheide-Holkapsel ist 100% biobasiert und biologisch abbausiert und biologisch abbausiert und biologisch abbausiert und biologisch abbausiert. Musik